Yo Leute, heute gucken wir uns an, wie man TikTok-Videos ohne Wasserzeichen runterlädt. Ja, bevor es aber richtig losgeht und ich euch verrate, wie das Ganze funktioniert, folgt mir auch mal selbst hier auf TikTok und auf allen anderen Kanälen, sonst wird der Algorithmus böse und ja, die Reichweite geht runter. Ist natürlich Spaß, aber wäre trotzdem nice. Okay. Das Tool, was wir benutzen, nennt sich SaveTik.cc und das ist halt auch die Website, steht aber auch in der Videobeschreibung und es ist wirklich super einfach. Man nimmt einfach die URL von dem TikTok-Video, das man gerne runterladen würde, fügt die ein, sucht danach und dann sieht man das Ganze hier schon. Dann kann man noch das Format auswählen, wenn man jetzt doch Bock hat mit dem Wasserzeichen, kann man das auch machen. MP4 geht natürlich auch. Drückt mal auf Download, das lädt dann kurz. Schön in den Headshot reingedrückt. Und schon haben wir es runtergeladen. That's it. Ist in dem Fall jetzt natürlich Querformat gewesen, weil das Video auch im Querformat war. Funktioniert aber natürlich auch mit Hochkant. Also Suche. Hier wird es angezeigt. MP4. Download. Ohne Wasserzeichen. Wir machen mal noch mit Wasserzeichen. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Hier haben wir es mit Wasserzeichen. Und hier einmal ohne Wasserzeichen. Macht man doch übel Cash. Jo, und das war es eigentlich schon. So einfach könnt ihr die runterladen. Das Coolste daran ist, das funktioniert auch mobil. Das heißt, wenn ihr da eure TikToks schon gemacht habt, ladet sie runter ohne Wasserzeichen und ladet sie dann bei Instagram zum Beispiel als Reel hoch. Das ist in dem Fall tatsächlich besser, denn der Algorithmus findet Wasserzeichen so richtig ist, Kaku. Ja. Ja.